Addestinand wollen wir auch nicht Gut, ähm, ja Hier ist viel Eisen, also können wir in die nächste Verfolgung sch... Wow, hab ich mich erschrocken Ehrlich, hab ich mich richtig erschrocken Leider Hallo und herzlich willkommen Auf dem Kanal N-Craft Und wir spielen wieder eine Runde Minecraft Und in der letzten Folge haben wir ja gesagt, dass ich auch Sand holen werde Und das tue ich jetzt mal auch Und... Haben wir noch was Gutes drin Eisen, stimmt, wir haben Eisen ja viel genug drin Ja, dafür brauchen wir erstmal Sand Dafür machen wir hier erstmal noch... Schließlich noch eine... Schaufel, weil wir ein bisschen mehr holen wollen als sonst Ja, okay, reicht erstmal so Sand, wir sind auch suchen nach Sand Okay, wir laufen mal in eine Richtung mal gerade aus, ne? Vielleicht finden wir da Sand, schauen wir mal... Ja, schauen wir, ob mal wir dort Sand finden Oh, hier ist schon ein bisschen Sand, können wir schon abholen, okay? Gute Idee, gerade auszugehen Gute Idee Das mehr Dann holen wir erstmal das hier ab Dann holen wir erstmal das hier ab So, in der letzten Folge Habe ich auch geguckt Und geschaut, dass ich in Fundmen auch gut arbeiten kann, nicht? Also... Mir aufgefallen ist, dass meine Fundmen ein bisschen besser geworden sind Das ist halt lieber mir Dass ich auch mehr Lust habe auf Minecraft Ich mache hier auch mehr Sachen Und täglich auch Minecraft Versuche ich wie möglich täglich zu bringen Also gestern kam eine Folge, oder heute kommt auch eine Folge Und mal schauen, ob ich noch morgen was hören werde Ich schaue mal nach Ob ich morgen noch Zeit habe Schauen wir mal, morgen Und ja, ich habe sowieso jetzt Ferien Können wir an mir aufnehmen für euch Äh, Elbswoche kommt leider diese Ferien nicht Wenn wir wenig Ferienzeit haben Mal schauen, ob Elbswoche am Weihnachtsferien kommt Schauen wir mal Ob das eine special Elbswoche-Ferien so kommt Ich habe eigentlich Lust auf Elbswoche Auf jeden Fall habe ich Lust Ok, es reicht glaube ich Ähm, Sand, ja, reicht glaube ich So, eigentlich habe ich Lust auf Elbswoche Und auch was zu bringen und sowas Aber... Ja, muss ich mal gucken, ob ich es schaffe Nächste, also, schaue ich Ich glaube diese Ferien glaube ich nicht Dass Elbswoche leider nicht kommt Aber vielleicht in den nächsten Wochen Ist hier was drin? Ja, ok Gut, ähm Können ja so lange Dach bauen Genau Den Dach Können wir aus diesem Holz... Ne, 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 ne Mal raus Ich glaube normalen Holz und Dach Können auch so einen... Weiß ich nicht so... Einen Boden, brauchen auch Koppel zu uns, stimmt Und deswegen gehe ich kurz in die Höhle Und um ein paar Steine Stimmt Solange das... Solange die... Oder solange das... Solange... Das Glas geschmolzen wird, so Ok Gut Wir brauchen ungefähr... Mehr als 64 Äh... Scheine Weißen Ist gut Und wie glaube ich nicht so folgen, wenn hier unser Haus fertig ist Machen wir auf der Suche nach meinen und auf der Suche nach Diamanten Genau Hab ich auch Lust bei... Diamanten Auf jeden Fall Auf jeden Fall Alter, hier ist richtig viel Eisen, Leute Richtig viel und richtig viel Kohle Erntet sich da gut, finde ich So Kohle auch mitnehmen Können wir ein paar Fackeln machen Ja, wir haben kein Fackel mehr dabei Gut Können wir gleich noch ein paar Fackeln machen Und das Video wird auch 15 Minuten heute sein Also versuche ich jeden Tag so 15 Minuten Minecrafts rauszubringen Versuche ich mal Minecraft, ähm, Singleplayer rauszubringen Weil Minecraft, äh, macht mir alles sehr Spaß Wir können auch verschiedene Häuser, wir können auch gerne bauen Wir können auch zum Beispiel auch einen Bahnhof oder so bauen Ich hoffentlich schaffen wir über 100 Folgen Oder sogar So, sogar 200 Folgen Wenn wir Halt uns Auch sagen, dass wir jeden Tag eine Folge rausbringen Und das auch so geschieht Versuche ich es halt so zu machen Wenn ich keinen Bock habe, dann mache ich es nicht Weil Sonst ist es halt nichts für euch Und dann Ich schaue weniger an meinen Videos Ist so, wenn ich keine Lust habe Dann kommt ja nicht so gut her Also nicht so gut rüber Dass ich so Alter Ach Komm, mach das so Aber halt, versuch es Mit Halt und Lust Und Laune Minecraft zu spielen Und aufzudem für euch Ja, was mir aufsteht Ich stehe gerade auf meinem Schreibtisch Ähm, wo mein Computer steht Ähm Ein paar Orbit-Kaugummis Okay, wir können ein paar Fakkel bauen Weil es ja dunkel wird Hälfte, komm Addystinland wollen wir auch nicht Gut, ähm Ja Hier ist viel Eisen, also können wir Die nächste Folge Wow, hab ich mich erschrocken Ehrlich, hab ich mich richtig erschrocken Leider Aber Das sind nur ein Zombies Sag nicht, dass er ein Spawner ist Ja, nice Ah, ich weiß nicht, wo du herkommst Hab gesehen, wo du herkommst Hinten Hoffentlich sind ein Spawner Den wir looten können Also daher Ah, wir sind glaub ich zu einem Miss rausgekommen Denk ich mal Weil Ich hab gerade noch mal einen gesehen Der da hier rausgekommen ist Ist ja kein Spawner oder so Oder ist es nur zu dunkel Aber wir haben noch Eisensachen Gut, wenn es ähm Geburt geht Dann können wir gleich noch mehr Eisen Und Eisen Spitzsachen losgehen Und Ja, ein bisschen mehr Eisenfarm Und Stein natürlich auch Guck so auf Ähm Ich nehm schon sechs Minuten Also fast sieben Minuten auf Okay, ähm Zombies Hoffentlich sind Zombies spawnen Damit wir halt die Sachen bekommen Die drin sind Bisschen Eisen Bisschen Nahum schildern oder irgendwie so Okay, ähm Talsperre Kommt glaub ich Ähm Weiß ich nicht Nächste Woche irgendwann Weil Also gestern war Freitag Und dann Hatten wir ja nicht Zeit Gestern aufzunehmen Ich hab aber Gestern eine Folge vorproduziert Für gestern Und hab ja alles Gestern gerendert und hochgeladen Also Talsperre weiß ich nicht wann kommen Wenn wir Oh Wenn wir jetzt Zeit haben Schau ich mal später vorbei Oder ich sag gleich Rechtzeitig Bescheid dann Wenn Weikaufs Singleplayer Video Ob Talsperre kommt Ob Talsperre kommt Das weiß ich leider noch nicht Aber Später kann ich das euch dann Mal Sagen Wenn ich es ein bisschen besser weiß Genau So Gegen Gleich gehen wir glaub ich hoch Jetzt haben wir hier noch ein paar Steine Dann gehen wir hoch Und dann legen wir halt den Boden schonmal aus Und Er ist Eisen Also Jetzt hoch und Ah ist dunkel geworden Ja ok Aufpassen auf Zombies Oh ein Weizen ist schon fertig Aber gucken können wir uns später rum Und Einrichten Einrichten und sowas Wir werden glaub ich in der nächsten Folge tun Und dann werden wir halt noch Schauen ob wir Ja glaub nächste Woche gehen wir vielleicht in die Mine rund Inhalte Ein paar Minuten lang Oder Vielleicht auch zwei Folgen lang Schauen wir auf Wie ich jetzt Lust dazu habe Ok Wir brauchen mehr Steine Ok Habe ich dafür geirrt Geirrt So Wir sind schonmal 9.36 Oh Eisen Oh ist fertig Gut Gut Mal ein bisschen Steine gehen Holen wir mal das Eisen mal hier rein Sonst Vielleicht verlieren wir das Heute vielleicht Das werde ich dann nicht riskieren So Skelett Oh Zwei Pfeile Und ein Knochen Ok Hier waren wir Gut Können wir direkt hier weiter Graben Und ja Also Ich glaube jetzt 30 Steine und unsere Fehlungs noch Irgendwie so war das Ja Geht doch schnell Mit einer Eisenspitze Hacke Das ist schnell Und dann können wir Halt Weiter bauen Und dann können wir halt unser Haus Fällig bauen heute Freue ich mich auch schon Freue ich mich auch schon Gewalt Gewalt Unser Haus Weil sie sind ein bisschen sicher Von Monsters Ja Ja Nicht gut So schnell hin bauen Ja Hätten wir nur 20 Gebraucht Gebraucht Facke Dann können wir schön sitzen Hier rüber Dort Dort Und Dort Und Dort Oder so Ne Ne Falsch Du kommst da an Ok Jetzt können wir das Glas setzen Aber ich mach Glas Scheiben wie gesagt Ja reicht erstmal 264 Reichen wir erstmal Ok Gehen wir schon langsam Sitzen Und Wir haben Noch 2 Minuten Zeit Aber Ist dir das halt jetzt egal So Wie machen wir das Dach Das Dach können wir halt einfach erstmal stumpf machen Mache ich auch Aber dann können wir auch später Also dann Hoch Ein bisschen höher kommen Auch Ein bisschen Ja boah Also damit auch Zweiten Stock kommen Oder irgendwie so auch Und Türen hab ich glaube ich gesetzt oder Ja genau Ich mach das noch zu Ok Das Dach mach ich halt Ganz stumpf erstmal Und dann können wir später Oh Dann können wir später Gucken ob wir Das anders machen Gut Ich Ok du störst wirklich Also weg hier Was machen wir jetzt Noch ein Weil So Eisen haben wir wie gesagt genug Und wir können halt in der nächsten Folge Mal schauen ob wir Nächste Folge Noch mehr Eisen zu suchen gehen Schauen wir mal So Erstmal mach ich die Die Tür kaputt Ja Gut ähm Ich hab Mit der Ist voll Aber Aber ich schaff das noch nicht so Oh Hey Ich schaff das Ah ok Das Dach Baue ich halt nächste Woche weiter Äh Nicht wenn ich so weiter Dann morgen weiter So So Erstmal das wichtigste Eisen Erde Steine Und andere Kram Das Glas Und die Knochen So Sticks Mal hier Und Hälfte Essen Nein Da ist es halt nicht mehr so Da liegt leider noch was rum Erstmal das Kraken-Tabel Und diesen weißen Ok Gut Okay nächste Woche machen wir das Also nicht erst ehrlich Nächste Woche also morgen oder so Nächste Folge Machen wir mal Das Dach zu Ende Von unserem schönen Haus Komm wir hälfte nur Du rein, dann können wir die Crafting Table hier einsetzen und da einsetzen Und... Oh, wenn wir schmelzen, dann haben wir noch ein Hähnchen gehabt, ja genau, dieses können wir rein tun Gut, okay Nächste Woche geh ich, äh, meine ist mein Star fertig Und dann geh ich kurz in die Mine, meine ich kurz ein bisschen Ja Leute, wenn es dir gefallen hat, lass ein Abo da Vergesst nicht zu abonnieren kostenlos Und... Ciao!